Die Kreaturen sind so hoch. Die Regierungsoberhüttler stehen in Kontakt. Niemand kann uns sagen, woher sie kochen oder was sie sind. Wir dachten immer, außerirdisches Leben käme aus dem Weltall. Doch es kam aus der Tiefe des Meeres. Durch ein Portal zwischen den Dimensionen im Pazifischen Ozean. Irgendetwas da draußen hat uns entdeckt. Sie haben damit gerechnet, dass die Menschen sich verstecken, aufgeben, versagen. Beginn der Startvorbereitung. Gypsy Danger. Sie haben nicht geglaubt, dass wir in der Lage sind durchzuhalten, auszuharren und uns der Herausforderung zu stellen. Piloten bereit zum Ankoppeln. Lass uns angeln gehen. Zwei Piloten verbunden mit Neurobridge. Bereit zur Steuerung des Jägers. In drei, zwei, ein. Heute, am Rande unserer Hoffnung. Am Ende unserer Zeit. Haben wir uns entschieden, aneinander zu glauben. Heute stellen wir uns den Monstern, die vor unserer Tür stehen. Es gibt keine Apokalypse. In diesem Stand. Wir mah taken. ... Untertitelung des ZDF, 2020